Irgendwie stehen meine Haare heute seltsam. Vielleicht habe ich die auch falsch geföhnt oder so, ich weiß es nicht. Ein bisschen wie so ein Helm. Egal, einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist natürlich nicht mehr morgen, sondern spät nach Mittag. Wir haben Samstag, den 29.04.2017 um 12.26 Uhr. Ich habe, glaube ich, bis kurz vor elf gepennt. Wurde dann durch zwei-, dreimal Tür laut Zugknallen im Haus wach und bin aufgestanden. Es waren, glaube ich, nur knapp sieben Stunden Schlaf. Aber, jo, ich bin fit, ich werde jetzt was frühstücken und dann wird gespielt. Ich glaube, Subnautica steht auf dem Plan. Ich kann wahrscheinlich sogar eine Stunde früher anfangen. Wir haben es jetzt erst halb eins. Ich glaube, 14 Uhr habe ich angesetzt. Dann fange ich um 13 Uhr an, dann spiele ich von 13 bis 16 Uhr oder so. Und dann kann ich nachher noch mit Jermaine ein bisschen Division spielen oder so. Mal gucken, worauf er Bock hat. Momentan bastelt er mit Hochdruck an seinem Twitch-Kanal, Videos, Overlays, Wallpapers, was auch immer. Da hat er sich ganz schön krass verbissen. Er hat gestern seine Hardware in Form von Greenscreen und so ein Kram nach Hause geschleppt. Und das ist wahrscheinlich auch schon alles testweise mal aufgebaut. Ja, hat er, weil er hat ja heute Nacht mal kurz den Stream angemacht. Das sah ganz witzig aus. Und jetzt beißt er sich da, glaube ich, durch die letzten kleinen Steine im Weg. Ich werde, wie gesagt, jetzt erst mal das Frühstücken und dann wird gespielt. Gestern Nacht haben wir noch Little Nightmares gespielt. Ich habe gerade mal zwei Kapitel von, ich weiß nicht, wie vielen geschafft, in drei Stunden. Eben als ich in der Badewanne lag, streamte Clint Stevens und der hat angeblich für das ganze Spiel nur drei Stunden gebraucht. Da dachte ich mir auch so, krass, ist ja auch ein Speedrunner. Also der hat jetzt nicht alles gesehen, der ist einfach mal dann durchgerusht wahrscheinlich. Ich für meinen Teil nehme mir ein bisschen mehr Zeit und habe ja weniger Skill. Von daher werde ich mich da auch weiter durchsterben. 39 Todesfälle hatte ich gestern in drei Stunden. Das ist schon enorm. Ja, ansonsten würde ich jetzt erst mal sagen, habt ein wunderschönes Wochenende, ein schönes, langes Wochenende. Wer noch was einkaufen will, sollte das heute tun. Montag haben alle Geschäfte geschlossen. Ich werde den Teufel tun, heute nochmal in den Supermarkt zu gehen. Ich habe alles da, was ich brauche. Das heißt, ich kann mich entspannt zurücklegen, spielen, spielen, spielen und spielen. Und Montag auch und Sonntag auch. Also dann würde ich einfach sagen, bis in einer knappen halben Stunde im Stream. Und ansonsten bis morgen. Einen schönen Samstag euch. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. ig